Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Wie sagt man so schön, die Ereignisse überschlagen sich gerade mal wieder. Wer die ganzen Videos von mir zum Redmi Note 10 Pro gesehen hat, denkt sich vielleicht, wow, geiles Smartphone, was da rausgekommen ist. Und ich verspreche euch, dass jetzt noch weitere geile Smartphones rauskommen werden. Natürlich ist der Preis jetzt nicht immer gleich. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch zumindest bei dem nächsten Smartphone, über welches ich jetzt gleich mit euch reden werde, beim etwas höheren Preis als noch beim Redmi Note 10 Pro. Aber der Preis ist auch gar nicht so viel höher. Und eventuell kriegt ihr dafür dann ein bisschen mehr. Müsst ihr selbst entscheiden. Und vor allem würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir nach dem Video mal unten in die Kommentare schreiben würdet, was ihr so von diesen beiden Smartphones haltet. Vielen Dank an Poco, dass ich schon etwas vor dem Global Launch der beiden Smartphones die Information erhalten durfte. Deswegen kann ich jetzt auch dieses Video hier drehen. Und Punkt 14 Uhr, sobald ich euch das erzählen darf, haue ich natürlich auch das Video raus. Ihr werdet es jetzt gerade sehen. Aber genug Palabra. Fangen wir jetzt endlich an. Ich stelle euch jetzt das Poco F3 vor. Das zuallererst, weil das mich etwas positiv überrascht hat. Ich dachte, heute kommt nur das Poco X3 Pro, weil man halt viele Leaks schon gesehen hat. Und danach quatschen wir noch ein bisschen über das Poco X3 Pro für diejenigen, die die Leaks noch nicht gehört haben. Und die vielleicht auch hören möchten, was sonst noch das Gerät alles kann. Nach dem Intro geht's los. Beginnen wir, wie erwähnt, mit dem Poco F3 oder wie Poco das Smartphone auch nennt, The Real Beast. Heute werde ich euch übrigens auch die Preise nennen können am Ende. Jeweils von dem jeweiligen Smartphone nicht so wie noch bei der Redmi Note 10 Reihe. Diesmal habe ich alle Infos sozusagen hier vor mir liegen. Es wird vielleicht nicht jedem auffallen, aber der eine oder andere, der vielleicht sich für Importgeräte interessiert und hier und da bei dem einen oder anderen Shop mal rauf geht und guckt, was so für neue Smartphones gerade auf dem chinesischen Markt kommen. Ja, diejenigen werden wahrscheinlich jetzt sagen, hm, irgendwie erinnert mich das äußerlich an das Redmi K40. Und auch die Hardware ist übrigens, das verrate ich euch auch schon mal, aber trotzdem werde ich euch gleich alles aufzählen, gleich dem Redmi K40. Das Einzige, was natürlich anders ist, was ihr auch auf der Rückseite sehen könnt, dass dort halt Poco steht und nicht Redmi oder sowas. Also das Design ist so ein bisschen anders, aber das Kameramodul ist gleich, also das Design an sich und die Optik ist gleich, bis auf das eben das ganze Poco gebrandet wurde. Jetzt fragt man sich natürlich noch, was ich mich fragen würde, weil wir von Mahali Tech testen gerade übrigens. Ich glaube, das Video, ne, das Video werdet ihr jetzt noch nicht sehen, das kommt demnächst. Wir testen ja gerade das Redmi K40 Pro. Ich bin mal mega gespannt, ob das Redmi K40 Pro auch hier als Global Variante, als Poco F3 Pro rauskommen wird. Das wäre nämlich auch cool, weil das Redmi K40 Pro ist auch ein geiles Smartphone. Aber das Poco F3 ist auch ein geiles Smartphone und vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis wird da meiner Meinung nach auch wieder stimmen. Ohne es jetzt getestet zu haben natürlich, ne, also alles hier ohne Gewehr. Wenn ich dann irgendwann an die Geräte rankomme, was hoffentlich passieren wird, dann wird es natürlich hier auf diesem Kanal auch wieder eine Review geben. Wahrscheinlich vielleicht auch hier und da noch ein weiteres Video, falls ihr mehr Informationen haben möchtet oder eine detailliertere Information zu dem einen oder anderen Spec sozusagen, zu der einen oder anderen Hardware. Und das war auch die perfekte Überleitung. Beginnen wir mit der Hardware. Mit dem Poco F3 werden wir, ja, up-to-date sein, was Hardware angeht. Wir werden einen schnellen UFS 3.1 internen Speicher verbaut haben, den aktuell schnellsten Arbeitsspeicher LPDDR5 und den neuen Chip von Qualcomm und zwar den Snapdragon 870, der übrigens auch ein 5G-SoC ist, beziehungsweise das ist ein 5G-Modem mit drauf verbaut auf dem SoC. Das heißt, wir haben hier ein 5G-Smartphone. Den 870 habe ich bisher noch gar nicht getestet, bin ich mega gespannt drauf, aber ich, ja, das ist ja im Endeffekt der direkte Nachfolger vom Snapdragon 865 und der ist halt ein bisschen höher getaktet, bis zu 3,2 GHz übrigens. Also ich denke mal, er wird auch so ungefähr auf diesem Niveau sein und damit halt, ja, günstige Flaggschiff-Modelle einen günstigen Prozessor bieten und das ist für mich jetzt aktuell jedenfalls das erste Smartphone, welches diesen Prozessor verbaut haben wird. Da bin ich mega gespannt drauf. Im Prinzip ist das Poco F3 irgendwie mittelklasse preislich gesehen, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, im Endeffekt kann man das auch als ein, ja, günstiges Flaggschiff-Modell sehen. Über eventuelle Hitzeprobleme brauchen wir uns vielleicht auch keine Gedanken machen, denn beim Poco F3 ist die Liquid Cool 1.0 Plus-Technologie mit am Start. Ich bin gespannt auf den Test, ich kann es euch natürlich jetzt nicht sagen, ich kann euch nur sagen, was Poco selbst sagt, aber wenn ich dann das gute Stück mal testen werde, dann kann ich euch natürlich auch berichten, ob es zu irgendwelchen Hitzeproblemen kommt oder nicht. Wo das Poco F3 übrigens auch noch up-to-date ist, ist beim Thema Konnektivität. Von 5G habe ich euch ja gerade schon erzählt und WiFi 6 ist auch mit dabei. Das hört sich ja jetzt schon mal alles richtig gut an. Jetzt hoffen viele natürlich auch, dass das Poco F3 auch wie beim Redmi Note 10 Pro ein cooles AMOLED-Display mit dabei haben wird. Und ja, das ist der Fall. Das Poco F3 hat ebenfalls ein 120 Hz AMOLED-Display Full HD Plus Auflösung, aber die Helligkeit ist sogar noch mal ein bisschen mehr aufgebohrt, ein bisschen mehr aufgeschraubt worden. Und zwar können wir hier im Peak, also in der Spitze 1300 Nits erreichen. Beim Redmi Note 10 Pro waren es ja 1200 Nits. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Aber nicht nur die Vorderseite, sondern auch glücklicherweise die Rückseite. Wir haben auf der Rückseite also auch Glas. Das Gerät soll nur 7,8 mm dünn sein und insgesamt 196 Gramm auf die Waage bringen. Diejenigen, die das Redmi K40 oder auch das Redmi K40 Pro schon ein bisschen kennen, werden wahrscheinlich schon wissen, dass wir hier, obwohl wir ein AMOLED-Panel haben, kein Fingerabdruckscanner unterm Display vorweisen können, beziehungsweise das Poco F3 das nicht vorweisen kann, sondern wieder einen Fingerprint-Reader beziehungsweise Fingerabdruckscanner an der Seite, also im Powerbutton integriert. Das ist aber dieser Neue, der eigentlich ganz cool ist, wie auch beim Redmi Note 10 Pro, der auch ein bisschen rausguckt. Also der Powerbutton ist wie ein normaler Button sozusagen, den man auch rein drücken kann und der eben auch rausguckt, wie auch die Lautstärkewippe beispielsweise. Und dennoch fungiert der aber auch als Fingerabdruckscanner und das auch sehr gut. Deswegen habe ich da gar nicht so viel zu meckern, denn der Fingerabdruckscanner funktioniert gut, fühlt sich auch gut an. Einziger Kritikpunkt von mir oder meinerseits ist, dass ich halt einfach lieber den Fingerabdruckscanner unter dem Display nutze, da mein Smartphone gerne mal auch auf dem Tisch liegt und dann, ja, für mich ist es einfach irgendwie praktischer. Ich kann schnell meinen Daumen und meinen Finger aufs Display packen, als dass ich immer den Powerbutton erreiche. Geht mir jetzt so, geht wahrscheinlich nicht allen so. Hier haben wir es aber eben wieder mit einem Fingerabdruckscanner im Powerbutton zu tun. Ich habe ja eben die Dünne erwähnt und zwar 7,8 Millimeter. Da kann man sich vielleicht schon denken, dass hier kein 5000 mAh, 6000 mAh Akku verbaut sein muss. Und das ist eben auch der Fall. Und zwar haben wir hier einen 4520 mAh großen Akku, den man mit 33 Watt schnell aufladen kann. Und der 33 Watt, oder das 33 Watt Netzteil ist übrigens auch im Lieferumfang enthalten. Wireless Charging hingegen scheint auch hier wieder nicht dabei zu sein. Zumindest steht es nicht auf dem Datenblatt, was ich habe, aber ich gehe auch davon aus. Wireless Charging ist irgendwie immer noch den teuren 7,800 oder noch teureren Smartphones vorenthalten. Aber 33 Watt Kabel, gebundenes Laden ist auf jeden Fall nicht schlecht, gehört mit zu den Besten. Es gibt so den einen oder anderen Hersteller oder das ein oder andere Smartphone eines Herstellers, welches in der Mittelklasse auch schon ein bisschen mehr bietet. Aber 33 Watt ist sehr, sehr, sehr gut. Wenn man sich die Rückseite bzw. das Kameramodul des Poco F3 etwas genauer anschaut, dann könnte man denken, dass hier vier Kameras verbaut sind. Aber nein, wir haben hier nur ein Triple-Kamerasystem. Denn dieses vierte Loch, was aussieht wie eventuell eine vierte Linse, ist der 360-Grad-Umgebungslichtsensor. Dank diesem soll es dem Poco F3 möglich sein, noch besser die Helligkeit des Displays automatisch zu regulieren. Aber zurück zur Kamera. Wir haben hinten auf der Rückseite beim Kameramodul, wie erwähnt, drei Kameras verbaut. Eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-Megapixel-Telemakrokamera. Also die 5-Megapixel-Telemakrokamera kennen wir ja schon von dem einen oder anderen Xiaomi-Smartphone. Die leistet gute Arbeit. Die Ultraweitwinkelkamera gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben hier halt nur 8 Megapixel, wird aber wahrscheinlich ausreichen. Und als Hauptkamera haben wir eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit einer f1.79er-Blende. Gucken wir uns mal an. Man sieht ein bisschen, also von den Zahlen her könnte man denken, dass das Poco oder das Poco beim Poco F3 etwas an den Kameras gespart hat. Aber ich glaube, die werden trotzdem solide sein. Nicht die besten Kameras, aber die werden trotzdem Fotos gut knipsen können. Dann die Software von Xiaomi ist ja auch mit drauf. Wir haben die MIUI 12 natürlich mit dem Poco Launcher dann aber und auf Basis Android 11 natürlich auch. Aber ich denke, dass wir auch dank der Software eben zufrieden sein werden mit den Fotos und vielleicht auch mit den Videos. Ich bin gespannt. Dennoch merkt man eben, dass das jetzt nicht der Fokus hier komplett auf die Kamera gesetzt wurde. Was ich persönlich aber gut finde, da ich eh nicht so derjenige bin, der im Urlaub dann oder wo auch immer, wo es wichtig ist, vielleicht dann mit dem Smartphone Fotos knipst. Ich möchte hier und da solide Fotos machen können. Es scheint mir so zu sein, dass es hier auch so sein wird und der Rest soll dann einfach, ja, der soll halt ein bisschen krasser sein als die Kamera, finde ich jedenfalls. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch eine weitere Kamera und zwar vorne die Frontkamera, oben mittig im Punch-Roll. Ich denke, das Punch-Roll wird wieder genauso klein sein wie beim Redmi Note 10 Pro. Hier ist eine 20 Megapixel Frontkamera verbaut. Was ebenfalls, glaube ich, viele Smartphone-Fans freuen wird, ist, dass hier wieder ein guter Vibrationsmotor verbaut sein soll. Ich denke, es wird auch der gleiche ungefähr sein wie im Redmi Note 10 Pro und der hat mir auch richtig gut gefallen. Der Vibrationsmotor ist auf Flaggschiff-Niveau. Dann ist natürlich NFC mit am Start, Bluetooth 5.1. Wir haben irgendwie drei Mikrofone verbaut. Es wurde hier nochmal extra aufgeschrieben beim Datenblatt. Vielleicht klingen die internen Mikrofone irgendwie nochmal besser. Ich bin gespannt. Seid auch gespannt auf meinen Test, da werde ich euch das verraten. Außerdem wird das Poco F3 Dual-Nano-SIM-fähig sein. Das heißt, ihr könnt zwei Nano-SIM-Karten reintun. Ob ihr den Speicher erweitern könnt, kann ich euch jetzt noch nicht so richtig verraten. Explizit steht es nicht auf dem Datenblatt. Stand aber auch nicht auf dem Redmi Note 10 Pro-Datenblatt. Und da dachte ich noch, okay, den Speicher kann man nicht erweitern. Und dann habe ich aber gesehen, oh, man kann ihn doch erweitern, wo ich dann das mal von bekommen hatte für einen Test. Also von daher, ich weiß es nicht. Werden wir dann herausfinden noch, ob das Ganze erweiterbar ist oder nicht. Bevor wir jetzt gleich zum spannenden Preis kommen, eine Sache noch, was ich sonst, glaube ich, fast vergessen hätte. Und zwar haben wir hier wieder auch Dual-Speaker mit am Start. Die werden bestimmt nicht schlechter sein als im Redmi Note 10 Pro. Jetzt aber zum spannenden Preis. Der UVP-Preis wird sein 349,90 Euro für 6 GB Arbeitsspeicher mit 128 GB internen Speicher. Und für die 8 GB RAM-Variante mit 256 GB internen Speicher sollen wir wohl nur 399,90 Euro zahlen. Wenn der Preis wirklich so bleibt, das sind jetzt die Vorabdaten. Das kann sich natürlich innerhalb von ein paar Sekunden immer wieder ändern. Aber wenn der Preis wirklich so bleiben sollte, dann hört sich das schon mal richtig, richtig gut an. Da weiß man wirklich gar nicht mehr, was für ein Smartphone man sich kaufen soll. Ich fand das Redmi Note 10 Pro mit am besten. Okay, das wird wahrscheinlich auch für unter 300 Euro immer noch das beste Smartphone bleiben. Und jetzt haben wir hier mit dem Poco F3 vielleicht das beste Smartphone unter 400 Euro. Warten wir es mal ab. Ich bin gespannt, wenn ich das Gerät erstmal testen kann. Und dann, wer weiß, vielleicht fällt es ja komplett auseinander, wenn ich es in die Hand kriege. Deswegen will ich hier nicht zu euphorisch sein. Aber es hört sich schon mal richtig, richtig cool an. Jetzt kommt das nächste noch. Übrigens Ende März können wir das Poco F3 schon kaufen. Ab 30. März 2021 soll wohl das Poco F3 schon kaufbar sein. Kommen wir jetzt aber am besten auch direkt zum nächsten Smartphone, welches heute vorgestellt wurde. Und zwar das Poco X3 Pro. Habe ich hier irgendwo das Poco X3? Ja, hier habe ich das Poco X3, welches ihr, glaube ich, schon ganz gut kennt. Das erinnert mich aber auch ans Poco X3 Pro, denn die Rückseite sieht ziemlich ähnlich aus, wenn nicht sogar gleich zum Poco X3. Aber was kann das Poco X3 Pro? Beginnen wir am besten gleich wieder mit dem SoC. Und zwar haben wir hier übrigens kein 5G-Modem verbaut. Das ist sozusagen, das Poco X3 Pro ist sozusagen ein 4G-Smartphone. Braucht ihr 5G? Braucht ihr kein 5G? Müsst ihr euch halt selbst fragen. Ich bin eher noch der Meinung, dass wir hier nicht unbedingt 5G brauchen. Und das Smartphone könnte wahrscheinlich wieder recht günstig sein. Das wechselt man vielleicht eh in zwei Jahren oder drei Jahren. Wenn dann irgendwann in vier, fünf, sechs Jahren oder so 5G halt wirklich mal hier gut zu gebrauchen ist natürlich. Also in ganz Deutschland flächendeckend gesehen. Ich hoffe, dass es bis dahin hier gut zu gebrauchen ist. Aber welchen SoC haben wir denn hier? Auch wieder von Qualcomm, den Snapdragon 860. So, den 860er hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nicht im Test. Also der 860 und der 870. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin, beide Smartphones zu testen. Weil ich auch gerne mal wissen würde, wie diese Prozessoren so sind. Denn es sind aus der 800er-Reihe. Also werden die auf Flaggschiff-Niveau eigentlich sein müssen. Und ich würde gerne mal wissen, wie sehr sie sich unterscheiden von dem 865er zum Beispiel. Also ob der Unterschied vom 860 zum 865 riesig ist oder klein ist, wie auch immer. Und anders und beziehungsweise vom 865 zum 870 genau das Gleiche. Das Coole ist, beim Poco X3 Pro wird auch wieder die Liquid Cool Version 1.0 Plus Technologie mit verbaut sein. Also auch hier sollte es zu keinem großartigen Hitzeproblem kommen, falls der SOC dazu neigen sollte. Denn hier wurde darauf geachtet, dass eben eine gute Kühltechnologie mit verbaut wurde. Als GPU haben wir hier die Adreno 640 Einheit. Wir haben wieder UFS 3.1 internen Speicher. Also wieder einen schnellen internen Speicher. Aber nicht ganz so einen schnellen Arbeitsspeicher wie noch beim Poco F3. Und zwar haben wir hier beim Poco X3 Pro den LPDDR 4X Arbeitsspeicher. Von der Software her sind wir hier natürlich genauso aufgestellt wie auch beim Poco F3. Und zwar MIUI 12 mit dem Poco Launcher und das Ganze basiert auf Android 11. Wir haben hier ein 6,67 Zoll Display, aber kein AMOLED, sondern LC Display. Genauso wie beim Poco X3 haben wir hier auch ein 120 Hz, also ein Display mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, aber wie erwähnt LCD. Laut Datenblatt ist das LCD Panel von Gorilla Glass 6 geschützt. Das Smartphone ist dicker als das Poco F3 und zwar 9,4 mm und wiegt auch mehr. Das Poco X3 wog ja oder wiegt ja 218 Gramm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das Poco X3 Pro 215 Gramm. Also eventuell ist es 3 Gramm leichter, aber ich kann mich auch irren und das Poco X3 wiegt auch 215. Ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Aber warum ist das Smartphone dicker und wiegt mehr? Ist hier eventuell ein etwas größerer Akku drin? Ja, das ist der Fall und zwar ein 5.160 mAh Akku, den ihr übrigens auch mit 33 Watt schnell aufladen könnt. Und das Netzteil befindet sich ebenfalls im Lieferumfang. Bei der Frontkamera vorne haben wir ebenfalls eine 20 Megapixel Kamera verbaut. Und auf der Rückseite haben wir diesmal wirklich vier Kameras drin. Und zwar einmal eine 48 Megapixel Hauptkamera, ein 8 Megapixel Ultraweitwinkelobjektiv, ein 2 Megapixel Tiefensensor und eine Makrokamera. Natürlich ist wie wir es so oft kennen auch noch mit am Start, aber nur 2 Megapixel. Ich bin mal gespannt, wie die Bilder so werden und auch die Videos. Also das Poco X3 Pro ist jetzt nicht unbedingt so ein günstiges Flaggschiff, wie ich es nennen würde, wie das Poco X3. Sondern halt so Mittelklasse, auch von der restlichen Hardware oder auch beim Thema Konnektivität. Hier haben wir halt nur WiFi 5, was vielen ausreichend wird. Und wir haben NFC aber auch mit am Start, Bluetooth 5. Wir haben übrigens auch Dual Speaker, gab es ja auch beim Poco X3 schon. Wir haben aber auch noch einen Kopfhöreranschluss beim Poco X3 Pro. Ein Infrarot Blaster ist ebenfalls mit am Start, aber das haben wir ja bei allen Xiaomi Smartphones. Und dann haben wir auch natürlich noch einen Fingerabdruckscanner, der ebenfalls im Powerbutton integriert sein wird. Und wenn wir uns die Poco X3 Pro Bilder etwas genauer anschauen, dann sieht man, dass hier scheinbar dieselbe Power-Taste mit integrierten Fingerabdruckscanner verbaut sein wird, wie auch schon beim Poco X3, also dieser eingelassene Fingerabdruckscanner, der ein bisschen scharfkantiger ist. Hier beim X3 Pro sehe ich jetzt auf dem Datenblatt übrigens, dass wir einen Hybrid-SIM-Karten-Slot drin haben werden. Das heißt, entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte plus eine Speichererweiterung. Also hier haben wir schwarz auf weiß stehen, dass eine Speichererweiterung beim Poco X3 Pro auf jeden Fall möglich sein wird, bis zu 1 Terabyte. Und apropos Speicher, kommen wir direkt mal zu den Speicherausführungen und damit auch direkt zu den Preisen. Es wird das Poco X3 Pro geben, einmal mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher für 249,90 Euro. Und dann gibt es das Poco X3 Pro noch in der Ausführung mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher für 299,90 Euro. Und alle, die jetzt noch dran sind, erfahren sogar die ganzen Early-Bird-Preise noch. Die habe ich noch gar nicht erzählt, denn am Anfang wählt ihr die beiden Smartphones, also das F3 und das X3 Pro, natürlich auch nochmal ein bisschen günstiger bekommen. Beginnen wir am besten mit dem X3 Pro, denn das werden wir schon am 26. März kaufen können, also 4 Tage, bevor wir das Poco F3 kaufen könnten. Und zwar wird es einen Early-Bird-Preis geben an dem Tag, vielleicht auch 2 Tage, ich weiß es nicht genau, aber zumindest an dem Tag auf jeden Fall. Dann könnt ihr die 6 GB mit 128 GB kaufen für 199,90 Euro und die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher für 249,90 Euro. Am 30. März können wir dann das Poco F3 kaufen, wenn wir denn möchten und da wird es folgende Preise geben. Das Poco F3 Pro werden wir in der Ausführung mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher 299,90 Euro bekommen. Das ist übrigens ein begrenzter Kontingent, so wie es jetzt hier drauf steht und man soll es dann kaufen können auf po.co oder auf Amazon ebenfalls. Die 8 GB Variante mit 256 GB internen Speicher von Poco F3 wird es dann für 55 Euro mehr geben, also 349,90 Euro an dem Tag, am 30. März. Das sind jetzt alle Infos, ich hoffe ich habe nichts vergessen. Falls ihr irgendeine Frage habt, stellt sie mal gerne unten in den Kommentaren, ich werde sie dann so schnell wie möglich beantworten. Eventuell habe ich jetzt irgendwas hier beim Datenblatt übersehen. Falls du da draußen eine Frage hast, stell sie wie gesagt gerne unten. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier interessant fandet und außer zu hoffen, dass ich so schnell wie möglich an Testgeräte rankomme. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Poco F3 und Poco X3 Pro klingt mega spannend. Und ich würde mich ebenfalls auch noch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!